Berlin ist immer eine Reise Werde und diese Location hier und dieser Abend hier ist für mich tatsächlich auch wieder ein Highlight des Jahres. Alle Ebenen sind abgedeckt, von jung bis alt, von Rumliebhabern über Neulinge. Ja und es macht echt Spaß heute Abend. Der Botokalabend ist wirklich erfrischend, hätte ich so nicht erwartet. Es ist überwältigend, wie interessant und gut strukturiert das alles ist und wie viele Möglichkeiten man einfach hat. Der Purtrinker und der Puer Rum war großartig. War eine völlig neue Erfahrung. Also ich bin ein großer Fan von Ron Botokal. Die Musik war cool, Getränke waren fantastisch, also es freut mich schon auf den Abend. auf YouTube. Das war's für mich. So viel Spaß, ich bin ein großer Fan von. Und das war's für mich. So viel Spaß! Und das war's für mich. So viel Spaß! Und das war's für mich. So viel Spaß! Und das war's für mich. Vielen Dank.